Auf dem Weg zum Cianciapolo! Der Tauschmarkt ist eröffnet! Ich mach jetzt mal hinten! Also, da geht die Tür richtig runter! Das sind die Klassik-Couchers! Ja! Habt ihr selber schon was geboten? Ja, ich hab ja schon ein Weg gehabt! Finkst du es, dass es gut säglich oder eher süß? Danke fürs Interview! Tschüss! Der Tauschmarkt, den finde ich eine tolle Sache! Man sieht, wenn man da so ausschaut, wie viele Schüler das ganz gezogen haben, dieses Projekt. Und tolle Sachen, die ich jetzt beim Glück gesehen habe. Am liebsten würde ich mir bei jedem Start ein bisschen was mitnehmen. Aber ich lasse es den Schülern über. Ja, weil... Ich will ja nicht als Hamster da... die Küche werden. Alles ja! Und, wie fühlst du denn da? Ich fühl's voll gut! Finkst du, dass es einen Sinn hat? Ja! Wollt ihr was da? Ja, viel! Was? Ich hab's mal zu, dass es kurz ist! Ich bin ein bisschen merkwürdig! Mein Stuhl baort, du hast den Herz aus. Und ich hab's mal noch! Ich werde noch auch viel loben. Mein Stuhl, wunderschön. Dann kommt der Starke! Das sind die zwei Pfandhauser drüber. Wir haben jetzt im Fernsehen zu berichten geschehen, das ist ein Fernsehen. Das allererste Mal ist das ganz wichtig, dass wir alles daraus haben können, was wir nicht wollen und das, was wir nicht brauchen, werden gespendet an eine Familie von Salzburg. Da habe ich so einen Luftball an gewonnen und habe meinen Hut auch schon gewonnen. Es ist ja noch eine Gauri, gell, Laura? Also, ihr seid das nächste. Ja, tschepo jetzt. Wir haben eine gleiche Interviews gemacht und wir hoffen, dass sie bereit sind. Und wir hoffen, dass die Pamula, dass sie gut will jetzt und dass sie das jetzt auch so gut haben. Das ist eine gute Besserung. Ja. Oh, natürlich. Ja. 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 Ja.